Wie gehen wir eigentlich mit uns selbst und unseren Mitmenschen um? Diese Frage treibt den Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun an und auf eben diese Frage will er uns mit seinem Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation aufmerksam machen. Es handelt sich bei diesem Modell um das sogenannte Nachrichtenquadrat, mit dem man konkrete Mitteilungen analysieren und auch Kommunikationsstörungen aufdecken kann. Was sich genau hinter diesem Modell verbirgt und wie jeder von euch damit die eigene alltägliche Kommunikation untersuchen und Kommunikationsstörungen vermeiden kann, das will ich euch hier anhand eines persönlichen Beispiels zeigen. Ich stelle euch erstmal kurz den Autor des Nachrichtenquadrats vor. Schulz von Thun ist ein deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Er wurde 1944 in Zolltau geboren und studierte mit 23 Psychologie, Philosophie und Pädagogik. Vier Jahre später, also 1971, schloss er sein Studium ab und promovierte da 1973. Seine Doktorarbeit drehte sich um die Frage, wie Informationen vermittelt werden können. Die Arbeit scheint ihn sehr geprägt zu haben, denn was er schreibt ist tatsächlich immer so aufgebaut und formuliert, dass man ihm wirklich sehr gut folgen kann. Nach der Arbeit an seiner Dissertation hat er habilitiert und wurde dann 1975, also mit 31 Jahren, schon Universitätsprofessor in Hamburg. Von dort aus hat er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2009 geforscht und auch publiziert. Auch das Nachrichtenquadrat hat er dort entwickelt und das schon zwei Jahre, nachdem er seine Professur angetreten hat. Eine kleine Info noch, Schulz von Thun ist auch Begründer des gleichnamigen Instituts für Kommunikation. Das gibt's auch heute noch, die bieten unter anderem Fort- und Weiterbildungen oder auch Coachings an. Jetzt zum Nachrichtenquadrat. Die zentrale Aussage des Modells ist, dass jede Nachricht vier Seiten hat und damit vier Botschaften enthält. Entwickelt hat Schulz von Thun diese Theorie in Anlehnung an Karl Bühler, der drei Aspekte einer Nachricht unterschieden hatte, und Paul Watzlawick, der in seinem zweiten Axiom annimmt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat. Mehr zu Watzlawick erfahrt ihr, wenn ihr wollt, in dem Video oben in der Infobox. Hier seht ihr jetzt die vier Seiten einer Nachricht visuell dargestellt. Zur Orientierung, damit ihr wisst, dass wir uns das Quadrat aus der Perspektive des Senders anschauen, habe ich euch unten links in die Ecke ein kleines Symbol als Denkstütze gemacht. Oben im Quadrat seht ihr den Sachaspekt. Bei diesem geht es um die Frage, worüber man denn eigentlich informieren möchte. Rechts ist der Appell. Mit diesem ist die Frage verknüpft, was man beim Gegenüber erreichen möchte. An der unteren Seite des Quadrats seht ihr den Beziehungsaspekt. Wie stehen Sender und Empfänger eigentlich zueinander, steht hier im Mittelpunkt. Und zuletzt haben wir links die Selbstoffenbarung. Denn natürlich teilt man seinem Gegenüber mit jeder Äußerung auch immer irgendwas über sich selbst mit. Wie ihr sehen könnt, sind alle vier Seiten gleichlang dargestellt und damit im Grundsatz auch als gleichwertig anzusehen. Wer klar kommunizieren will, der muss auf alle vier Seiten achten und darf nicht nur die eine oder die andere betonen. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn die meisten von uns präferieren einen dieser Aspekte. Neben der Klarheit, also dem Beachten aller vier Seiten, ist die Stimmigkeit ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation. Das bedeutet, für eine gelingende Kommunikation müssen die eigene Situation und die Situation des Gesprächspartners genauso berücksichtigt werden, wie der Kontext, in dem miteinander gesprochen wird. So klar und stimmig, wie man sich das wünschen würde, ist eine Kommunikation aber in den seltensten Fällen. Meist ist uns gar nicht bewusst, welche Seite der Nachricht wir als Sender eigentlich gerade betonen. Und wie das, was man sagt, beim Empfänger ankommt, das steht sowieso nochmal auf einem anderen Blatt. Hinzu kommt, dass man meist nur seinen eigenen Standpunkt im Kopf hat. Der Standpunkt des anderen, der bleibt uns viel zu oft verborgen. Wie leicht man in so eine unklare und unstimmige Kommunikation gerät und welche Konsequenzen das haben kann, das will ich euch an einem eigenen und damit persönlichen Beispiel demonstrieren. Ganz kurz zum Hintergrund. Wenn ich mit meiner Freundin mit dem Auto irgendwo hinfahre, dann darf in der Regel ich fahren. Jetzt ist es so, dass ich niemand bin, der mit dem Auto rast, sondern ich bin eher ein gemütlicher Autofahrer. Manch einer würde mir vielleicht sogar unterstellen, dass ich schleiche. Auf jeden Fall fahre ich ab und an langsamer, als es die jeweilige Höchstgeschwindigkeit erlauben würde. Das mache ich jetzt nicht mit Absicht, das passiert einfach, wenn ich mit meinen Gedanken abschweife oder ja noch viel eher, wenn ich irgendwas erzähle. Meine Freundin ist davon nicht sonderlich begeistert. Ich höre dann regelmäßig so Sprüche wie Wir sind hier auf der Autobahn oder Hier ist 70 mit so einer leichten Unzufriedenheit im Unterton. Genau diese Nachricht schauen wir uns jetzt genauer an. Hier ist 70 ist ja in erster Linie eine Sachaussage. Auf der Sachebene sagt uns dieser Satz, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße 70 Stundenkilometer beträgt. Auf der Seite der Selbstaussage bekommen wir auch Informationen. Zum Beispiel, ich nehme dir auf diesem Streckenabschnitt erlaubte und von dir gefahrene Geschwindigkeit wahr. Es können sich natürlich auch noch andere Botschaften im Aspekt der Selbstaussage verbergen. Ich bin sauer auf dich. Ich habe es eilig. Oder ich habe Angst, weil du andere Autofahrer mit deiner Fahrweise zu gefährlichen Überholmanövern provozieren könntest. Der Appell da ist, denke ich, auch sofort einleuchtend. In der Nachricht, hier ist 70, verbirgt sich natürlich auch die Anweisung, fahr schneller. Immer etwas tricky ist der Beziehungsaspekt. Wie stehen wir zueinander, ist hier ja die Leitfrage. Man könnte aus der Nachricht jetzt die Beziehungsaussage heraushören, Ich habe in unserer Beziehung eine Position inne, in der ich dir sagen kann, wie du Auto zu fahren hast. Ebenfalls zum Beziehungsaspekt könnte man die Aussage zählen, Es passt mir nicht, wie du fährst. Oder du fährst eine riesengroße Scheiße zusammen. Oder ich fahre besser wie du. Ihr seht, in dem Moment, in dem wir mit unseren Mitmenschen sprechen, sprechen wir stets mit vier Schnäbeln gleichzeitig. Wir kennen jetzt die Nachricht und die Mitteilungen, die implizit mit der Nachricht mitgesendet werden. Interessant ist jetzt, dass die explizite Botschaft nicht unbedingt das ist, was der Sender eigentlich sagen möchte. Das ist in unserem Beispiel so, das gilt aber auch für eure eigenen Kommunikationen. Hier 70. Das ist ja im Grunde eine Sachinformation. Ich lenne mich jetzt hier aber mal richtig weit aus dem Fenster und stelle die Behauptung auf, dass der Sachaspekt der Nachricht hier absolut keine Rolle spielt. Die Hauptbotschaft wird implizit auf einer anderen Seite des Quadrats mitgesendet. Durch den Tonfall, die Gestik und Mimik lässt sich erahnen, wie der sprachliche Teil der Botschaft verstanden werden kann. Ich hatte ja zum Tonfall bereits gesagt, dass man da so einen Unmut raushören kann. Einen Unmut darüber, dass ich zu langsam fahre. Was also eigentlich die Hauptbotschaft ihrer Äußerung ist, ist der Appell, fahr schneller. Wenn ich jetzt einfach auf diesen Appell reagieren und ein bisschen aufs Gas treten würde, dann wäre vermutlich alles in Ordnung. Aber so einfach ist die Sache nicht. Da der Sprecher mit vier Schnäbeln spricht, hat der Empfänger natürlich die Auswahl, auf welche Seite der Nachricht reagieren möchte. Er hört nämlich gleichzeitig mit vier Ohren. Hier seht ihr jetzt nochmal das Nachrichtenquadrat, diesmal aber aus der Perspektive des Empfängers. Unten habt ihr entsprechend wieder ein Symbol zur Orientierung. Auf der Sachebene fragt sich der Empfänger, wie ist die Sache zu verstehen. Auf der Seite der Selbstaussage fragt sich der Empfänger, was ist mit ihr. Mit dem Appell ist die Frage verbunden, was soll ich denn eigentlich tun. Und die Beziehung wird durch die Frage, wie steht sie zu mir geleitet. Als wir uns eben das Nachrichtenquadrat aus der Perspektive des Senders angeschaut haben, da habe ich euch gesagt, dass bei den meisten von uns ein Schnabel auf Kosten der anderen besonders gut ausgebildet ist. Gleiches gilt auch für die Ohren des Empfängers. Je nachdem, auf welchem Ohr der Empfänger die Nachricht des Senders empfängt, wird er sie anders verstehen und dann natürlich auch anders reagieren. Ich mache jetzt nicht zu jeder Kombination ein Beispiel, das könnt ihr zur Übung selbst machen, wenn ihr wollt. Ich will euch jetzt zeigen, wie ich auf die Äußerung meiner Freundin reagiere. Wenn sie sagt, hier ist 70, dann sage ich natürlich ganz diplomatisch und deeskalierend, dann fahr doch selbst. Ein absoluter Stimmungskiller ist das. Der Satz, der hat schon die Atmosphäre so mancher Autofahrt zerstört. Auf welchem Ohr habe ich, also der Empfänger, die Nachricht verstanden, dass ich so reagiere? Offenkundig bezieht sich meine Reaktion ja weder auf die vordergründige Sachaussage, dass hier 70 ist, noch auf den von uns als Hauptaussage identifizierten Appell, dass ich schneller fahren soll. Ich höre die Botschaft auf dem Beziehungsohr. Wenn meine Freundin sagt, hier ist 70, dann höre ich, du fährst scheiße. Und meine gedachte Reaktion darauf ist dann, wenn die nicht passt, wie ich fahre, und dann laut, dann fahr halt selbst. Ich schlage hier also eine Lösung für ein Problem vor, das nur in meiner eigenen Realität existiert. Niemand hat gesagt, dass ich schlecht fahre und entsprechend gibt es auch gar keinen Grund dafür, dass es jemand anders tun sollte. Gleichzeitig wird meine Lösung zu einem Problem für uns beide, weil ich mit meiner Reaktion zum einen den Appell meiner Freundin ausschlage, also zumindest tue ich das im ersten Moment, und was noch viel schlimmer ist, Ich katapultiere die Interaktion dadurch, dass ich mich persönlich angegriffen fühle, mit einem einzigen Satz auf die Beziehungsebene. So schnell schlittert man in eine gestörte Kommunikation. Eine erste Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich die, wie es denn eigentlich sein kann, dass eine Nachricht anders ankommt, als sie gemeint war. Dass der Sender die eigentliche Botschaft oft nicht explizit sendet, sondern sie manchmal nur implizit mitschwingen lässt, das haben wir ja schon gesagt und an dem Beispiel auch gut sehen können. Der Empfänger macht dann natürlich schnell mal einen Fehler bei der Interpretation der Nachricht. Und zwar vor allem natürlich dann, wenn bei ihm ein Ohr überproportional groß ist und dieses bei der Interpretation gar nicht gebraucht werden würde. Auch das habt ihr am Beispiel gesehen. Es gibt aber noch andere Gründe dafür, dass eine Botschaft falsch ankommt. Einer, der auch auf das vorliegende Beispiel passt, ist das Bild, das der Empfänger vom Sender hat. Ich meine, ich wüsste, wie die Nachricht meiner Freundin in diesem Kontext zu verstehen ist. Schließlich kenne ich sie mittlerweile gut genug. Dieses Bild, das ich für die beschriebene Situation entwickelt habe, das ist natürlich mein eigenes Werk und damit hochgradig subjektiv. Und wie wir gesehen haben, ist das Bild auch unangemessen und verzerrt. Wie können ich und meine Freundin aus der Nummer jetzt wieder rauskommen? Ausgehend von dem falschen Bild, das ich in dieser Autosituation entwickelt habe, wäre es natürlich wichtig, die eigenen Gefühle zu verbalisieren und ein Feedback zu formulieren. Wenn ich also gesagt bekomme, hier ist 70, dann könnte ich sagen, hör mal, wenn du das so sagst, dann habe ich irgendwie das Gefühl, du würdest mich für einen schlechten Autofahrer halten. Wenn es doof läuft, dann sagt sie, ja, das ist auch so. Dann kann ich natürlich wieder sagen, dann fahr doch selbst. Nee, Spaß beiseite. Wahrscheinlich würde sie dann sagen, ich halte dich nicht für einen schlechten Autofahrer, ich will einfach, dass du schneller fährst. Damit wäre ihr klar, wie die ursprüngliche Nachricht bei mir angekommen ist und mir wäre klar, wie die Nachricht eigentlich gemeint war. Eine andere Möglichkeit wäre, dass meine Freundin nach meiner Reaktion interveniert. Wenn ich sage, dann fahr halt selbst, dann könnte sie die Selbstoffenbarung aus meiner Nachricht heraushören und fragen, ob ich mich denn jetzt persönlich angegriffen fühle. Wahrscheinlich würde ich das dann bejahen und wir könnten darüber sprechen, wie die verschiedenen Äußerungen bei uns ankommen und natürlich auch, was sie bei uns auslösen. Sicherlich könnten wir jetzt weitere Lösungsansätze suchen. Worauf ich aber hier hinaus will, ist Folgendes. Die Lösung für eine gestörte Kommunikation ist nach Schulz von Thun eine Metakommunikation. Die verdeckten Missverständnisse müssen angesprochen werden, um wieder Klarheit und Stimmigkeit herzustellen. Da das ganze Video schon sehr persönlich war, will ich mal die Gelegenheit nutzen, um mich persönlich bei euch zu bedanken. Ich meine, mehr als 1600 Personen verfolgen diesen Kanal aktuell regelmäßig. Das ist echt eine riesige Anerkennung für die Arbeit, die ich hier reinstecke. Worüber ich mich natürlich auch immer freue, sind die positiven oder auch kritischen Rückmeldungen, die ihr mir mit euren Kommentaren gebt. Es ist cool, wenn man auf die Art und Weise eine Rückmeldung zu dem bekommt, was man tut. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und schaut euch um. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.